Dr. Juanito, Mock hat Farid Bang auf Twitch geedit und ihn supportet. Ja, meine Damen und Herren, dann kann man sich vorstellen, dann ist da vielleicht... Ach, zwingt mich nicht, meine Damen und Herren. Zwingt mich nicht. Zwingt mich einfach nicht, ja. Ulan Mock, hör mal zu, ja. Senapien, ja. Dein Ernst, ja? Hast du vergessen, wie dieser Hurensohn die ganze Zeit nicht behandelt hat? Bleib wenigstens bei der Wahrheit, Mock. Und wenn du ihn supportest, ja, Wallah, Mock, ja, ruf mich nachher auf jeden Fall an. Geht gar nicht. Mock, du kannst keinen pädophilen Bastard supporten. Mock, ey, schick das alle zu Mock. Mock, du weißt, der Doktor liebt dich, aber ey, jetzt machst du gerade richtig ekel, ja. Ja, nee, Geld ist nicht alles und auch Rückenmücken, fick mal Rückenmutter. Wallah, reicht Mock. Ja, nee, du wirst mir nicht diesen pädophilen Bastard supporten. Guck mal, kein Problem, du hast deine Mutter nicht gefickt, ist okay. Aber du wirst diesen Hurensohn nicht supporten, ja. Es sei denn, ich sehe einen Beweis, dass er dir, ne, eine gewisse Überweisung gemacht hat. Aber was sollen diese Faxen, Mock, lag Mock? Egal, ja, Leute. Egal, meine Damen und Herren. So, Farid, auch wenn Mock jetzt, ne, cool mit dir ist, trotzdem Farid, erwarten wir eine Stellungnahme von dir, ja. Und trotzdem wissen wir alle immer noch, was deine Mutter ist, ja. Auch wenn Mock sagt, dass er nicht mit ihr geschlafen hat, ist kein Problem. Dafür haben 100 andere mit ihr geschlafen, ja. Wallah, Mock, du enttäuschst mich gerade, ja. Ja, nee, tamam, dies, das, okay, wir ziehen uns zurück, kein Problem. Aber supporten, Mock, wallah, Mock, supporte diesen Hurensohn nicht. Supporte diesen Bastard nicht, ja. So, ich weiß, warum du ihn verziehen hast. Weil er dir auch verziehen hat, alles schön und gut, ja. Aber trotzdem, supporten ist zu viel, er ist ein pädophiler Bastard. Und Mock, wenn du einen pädophilen Supportest, du, du, du bestehst, du ziehst dann automatisch Stellung zu ihm, ja. Mock, Leute, redet mit ihm, äh, das geht gar nicht. Guck mal, ich will es auch klar sagen, ich meine jetzt noch nicht Mock, Mock, wir reden gleich. Aber jeder, der Farid Peng supportet, ist der größte Hurensohn, ja. Jeder, der einen Pädophilen supportet, meine Damen und Herren, ist der größte Hurensohn. Und es kann nicht wahr sein, dass immer wieder diese dreckigen Hurensohne supportet werden. Ja, Entschuldigung, meine Wortwahl, aber ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen auf 180. Geht mal gar nicht. Ich komme darauf gerade gar nicht klar. Ich hoffe, das ist auch nur eine Fitna und stimmt gar nicht. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es.